Ich habe einen von Renrocks Bohrern in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Lodgok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn finden. Das Ministerium wird davon erfahren. Diese Schufte sollen in Azkaban versauern. So, geht es Ihnen gut? Sie scheint ziemlich aufgeregt. Gut? Sehe ich aus, als ginge es mir gut? Ich wurde entführt. Wie können Sie entführt worden sein, wenn Sie hier sind? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich bin ich hier. Ich habe mehr als einen Rahmen. Haben Sie etwa nur ein Haus? Mein anderer Rahmen. Er wurde gestohlen. Und zwar von Schülern. Man heuerte dreckige Debe an, um meinen Zweitrahmen zu klauen. Oh je. Das klingt furchtbar. Allerdings. Astoria Cricket ist einfach furchtbar. Sie steckt hinter alledem. Sie und ihre Freunde beschwerten sich über mich. So eine Unverschämtheit. Dann hörte ich, dass sie irgendwelche Tunichtgute anheuern wollte, um mich aus den drei Besen zu stehlen. Dort hing mein anderer Rahmen. Eine ziemliche Bruchbude. Aber es könnte wohl schlimmer sein. Ich kannte mal ein Porträt, das im Eberkopf landete. Seither hat niemand von ihm gehört. Gut. Zurück zu Ihrem Rahmen. Ah, ja. Ich war gerade dabei, nichtsahnend meine Perücke zu pudern, als diese Schurken auftauchten und mich mitnahmen. Ich kann mir nicht leisten, meinen Posten zu verlassen. Meine Arbeit für den Schulleiter ist wichtig. Und ich brauche meinen anderen Rahmen in den drei Besen. Wissen Sie vielleicht etwas über den Ort, an dem sich Ihr Rahmen befindet? Können Sie etwas von dort sehen? Aber natürlich. Sie haben mich ausgerechnet in eine Ruine gebracht. Ein baufälliges Gemäuer, umgeben von Wasser, wie es sich anhörte. Oh, und unterwegs habe ich die Küste sehen können. Was meinen Sie mit wichtiger Arbeit für den Schulleiter? Sagen wir, ich bekomme in Sironas schönem Gasthaus eine Menge mit. Und der Schulleiter interessiert sich sehr dafür. Erzählt auf mich, was das angeht. Wie damals, als ich Vertrauensschüler war. Aber wer ist Historia Cricket und was will sie mit ihrem Rahmen? Sie ist eine Viertklässlerin, die ständig Ärger macht. Sie und ihre Bande von Tunichtguten reden vor meiner Nase über ihre Missetaten und verübeln mir, dass ich mithöre. Ich kann nur vermuten, dass Sie meinen Rahmen in der törichten Annahme stahlen, mich für meine Arbeit bestrafen zu wollen. Ich könnte mir die Sache ansehen. Würden Sie das tun? Wunderbar. Aber bitte tun Sie es schnell. Der Ort, an den ich gebracht wurde, ist unter meiner Würde. Dann ab mit Ihnen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ah, ich wollte noch mit dir sprechen. Unglaublich, dass wir den Erschwinderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächsthema Nummer eins in der Schule, seit du mich gerettet hast. Ich frage mich, woher alle davon wissen. Ich hab's meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme. Sie hat's wohl anderen Professoren erzählt. Sowas spricht sich schnell rum. Hm. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Wenn sie mehr darüber wüsste, was du getan hast, wäre sie bestimmt stolz. Oh, wenn sie wüsste, was ich alles getan habe, würde sie mich nie mehr aus den Augen lassen. Tut mir leid. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein. Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im Matabele-Land gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kamen aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst. Und dann war er tot. Und es war meine Schuld. Deine Schuld? Wie meinst du das? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen? Wäre er heute noch am Leben? Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen. Aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Willst du die Erschwinderinnen ausschalten, um deinen Vater zu rächen? Nein. Rache treibt mich nicht an. Das würde mein Vater nicht wollen. Er und meine Mutter lehrten mich, dass es ein Privileg ist, für all jene zu kämpfen, die es nicht können. Auch wenn das manchmal heißt, ein Risiko einzugehen, ist es das wert. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Und was hält deine Mutter von der ganzen Sache? Nun, wie du gesehen hast, macht sie sich große Sorgen. Ich glaube, es macht ihr bis heute zu schaffen, dass sie als Seherin den Tod meines Vaters nicht vorhergesehen hat. Sie vermisst ihn, genau wie ich. Darum versteht sie wohl mein Bedürfnis, für Gerechtigkeit zu sorgen, wann immer ich kann. Aber das heißt nicht, dass sie es gut heißt. Glaubst du, dein Vater wäre einverstanden mit dem, was wir tun? Oh je, das ist eine gute Frage. Theoretisch, ja. Obwohl er sich sorgen würde, wie meine Mutter. Aber gerade er würde meine Verbissenheit sicher verstehen. Mein Vater hat nie einen Kampf für das Gute gescheut, egal wie rücksichtslos der Feind war. Und ich glaube, es hätte ihn gefreut zu wissen, dass ich einen Kameraden wie dich habe. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Nati. Dein Vater war bestimmt außergewöhnlich. Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nehmen wir uns als Erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Rookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Du verdienst all das Lob, das du bekommen hast. Rebellion. Rebellion. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich schaue mich weiter nach Demigais Statuen um und bringe ihnen mehr Monde. Ich muss sie für ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde? Schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Was kann ich denn für Sie tun? Wie kamen Sie zu dem Geschäft in Feldcroft? Herrlich hier, oder? Aber ich habe es mir nicht ausgewählt. Es wählte mich aus. Ich bin hier aufgewachsen. Es ist mein Zuhause. Was den Laden betrifft, wahrscheinlich hat er mich ebenfalls ausgewählt. Ich habe schon immer gern mit Tierwesen gearbeitet. Meine Töchter lieben Sie. Ich würde mich nicht wundern, wenn Sie den Laden übernehmen. Was verkaufen Sie hier? Schön, dass Sie fragen. Ich verkaufe alles, was es an Tierwesen-Nebenprodukten zu finden gibt. Wenn Sie mir nicht glauben, sehen Sie sich gern um. Irgendwann kommen Sie schon wieder. So ist es immer. Ich bin neugierig, was in Feldcroft vor sich geht. Können Sie mir etwas dazu sagen? Nicht wirklich, obwohl... Kennen Sie Sebastian Sallow? Er besucht Hogwarts wie Sie. Müsste in Ihrem Alter sein. Sein Onkel lebt hier in Feldcroft. Aber Sie sollen sich nicht so gut verstehen. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Eigentlich schade. Seine Schwester lebt noch hier. Aber vielleicht kennen Sie ihn ja gar nicht. Ein netter Kerl. Ich mag ihn. Was verkaufen Sie hier? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Ich mag ihn. Schauen Sie doch gern jederzeit wieder vorbei. Rebellion. Sebastian, ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium in Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt... riskant. Es ist das Risiko wert. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regle das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Glaubst du, dein Onkel würde alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Bis bald. Soh nós. Bis bald. . Das war's für heute. Das war's für heute. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Das war's für heute. Damit wird das erledigt. Das war's für heute. Das war's für heute. Könnten wir uns in der großen Halle treffen? Ich habe eine schwere Zeit hinter mir und brauche einen Freund. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wunderbar. Wunderbar. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das läuft richtig gut. Wunderbar. Das war's für heute. 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 Beeindruckende Arbeit. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Eine Verbesserung. Das war's für heute. Das war's für heute. Höomoin? Dessert. Siehst du. Eheuvre. Ah! Hü challenge. Reveglio! Reveglio! Detrulto! Achio! Reveglio! Reveglio! Repare! Reveglio! 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 Wie geht's meinem Lieblingstestpiloten? Hallo nochmal, Mr. Weeks. Ich habe den Rekord auf dem Südkurs gebrochen. Fantastisch! Der Besen flog also gut? Die bisher beste Verbesserung. Er fliegt wunderbar, extrem wendig. Aber bei dem Tempo, das er jetzt erreicht, spüre ich den Wind zu sehr. Er verhindert, dass er sein volles Potenzial entfaltet. Natürlich! Das hätte ich mir denken können. Genau die Art von Bericht, die ich von Ihnen erwartet habe. Ha! Endlich weiß ich, wie meine letzte Verbesserung aussehen muss. Was werden Sie nach der letzten Verbesserung machen? Ich will Spindwitches zum beliebtesten Geschäft in Hogsmeade machen. Und ich würde gern mal wieder auf ein Besen steigen. Für den Nervenkitzel. Ich könnte nicht zufriedener mit unseren Verbesserungen sein. Wieder den Pessimisten. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Und nochmals. Vielen Dank. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020